ja leute und damit möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken für eure treue im letzten jahr und der zeit davor hat mich gefreut dass ihr immer noch fleißig mit dabei war dass ihr die videos geguckt habt geliked habt ab und zu kommentiert habt leute einfach super ohne euch wäre der kanal nicht das was er im moment ist das wisst ihr hoffentlich und ja ich habe euch das alles zu verdanken und daher ich wünsche euch natürlich wieder absolut den besten rutsch den ihr haben könnt kommt gut rein bleibt gesund und lasst es nicht zu sehr rocken bevor es morgen das große kartechen gibt im kopf lasst es krachen leute lasst es euch gut gehen ich hoffe ihr seid nächstes jahr wieder mit von der partie ich würde mich drüber freuen wenn ich euch jedes mal wieder mitnehmen kann sei es no man's sky oder unsere gemeinschaftsprojekte ls 22 oder unsere jagen oder die challenges mit oldtimer zusammen in call of the wild und so weiter leute sorry ja wie gesagt ich wünsche euch echt das allerbeste rutscht gut rein genießt die letzten stunden hier im jahr noch und das ist dann zumindest auch das letzte video in diesem jahr ja und genießt es ich habe noch ein paar kleine dinge hier zusammengestellt nichts besonderes aber noch mal so ein kleiner rückblick auf die letzten paar jahre natürlich ist nicht alles das ist nur ein kleines bisschen für die 300 abonnenten hat es leider nicht gereicht ja das ziel muss ich mir dann halt für nächstes jahr nochmal setzen ja wie gesagt ihr wisst ja hauptsächlich call of the wild ansonsten am wochenende in live streams immer neben projekte gemeinschaftsprojekte ja leute bleibt dabei ihr seid super ihr seid die allerbesten und vielleicht sind wir im nächstes im nächsten jahr ja schon beide hinten sorry schon bei den 300 oder darüber ich würde mich freuen über euren weiteren support und damit leute rutscht gut rein frohes neues jahr macht's gut und bleibt gesund und dann und dann und dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020